so in der heutigen folge will ich mal was ganz super spannendes machen was gar nicht spannend ist und zwar will ich in der heutigen folge nachdem ich mal ganz kurz noch den zaun repariert habe möchte ich heute mal sand farmen auf opas art was ist denn sand farmen auf opas art ja das werde ich euch gleich sagen das werde ich euch gleich sagen ich denke mal hinten ist noch ein bisschen auch hier sind ja viele runter gekommen kann man ja gar nicht alle einsammeln sand farmen auf opas art ja ja holz kann man nie genug haben ach so ich wollte den zaun noch schnell reparieren und dann werde ich euch das gleich erzählen was ich meine hier hinten ja nach ein zaunfeld hat nur gefehlt na gut hau ab da so sehr schön die hühner haben schon wieder eier gelegt besonders viele hühner sind es ja noch nicht aber jetzt fütter ich sie nicht weil der plan ist ja jetzt mal sand farmen auf opas art und da habe ich mir auch schon zwei drei dicke drei schöne eisenschaufeln gemacht und da geht es jetzt mal hier rüber das war ja ursprünglich so geplant jetzt hatte ich überlegt ob ich wegen der aussicht auf der seite hier mein das könnte man natürlich auch alles abtragen mein nach dem sag schon mein tempel bezug hier auf der seite mache und jetzt habe ich mich aber entschlossen ich gehe jetzt auch extra mal ein bisschen weiter weg damit die okay damit der ja so ist schick damit meine sandfarmen natürlich bin ich jetzt auch mal wieder neugierig und wir sehen was da schon wieder schwarzes ist eine höhle okay nehme ich das hier noch gleich mit okay und damit jetzt mein sand ah hier ist gut damit mein sandbergbau ding was ich jetzt hier machen will nicht so nah dran ist an meinem haus mache ich das einfach mal hier ich habe ja sogar ein bett dabei fällt mir gerade ein noch keine werkbank man könnte natürlich hier das wird jetzt sozusagen der steinbruch und was meine ich mit sandfarmen auf opas art lasst euch überraschen das werdet ihr gleich sehen wenn ich hier noch ein bisschen tiefer komme da komme ich schon in den bereich den ich suche neue schüppel heißen schaufel mal zur abwechslung das ist schon der bereich den ich suche da und hier muss ich runter ist natürlich von vorteil dass ich bei der gelegenheit gleich noch sand fertige sandsteine einsammeln und noch weiter runter kann man dann schön weit runter gehen und dann zeige ich euch mal sandfarmen ach ja muss ich ja noch erklären ich war er hat es bestimmt nicht erfunden ich habe es aber bei ihm gesehen und zwar bei opa spielt deshalb sage ich auch sandfarmen auf opas art so wird die folge auch heißen weil opa spielt und der hat ja bei seinem projekt und eisen na das lohnt sich doch hätte ich gar nicht gedacht dass hier unter der wüste so viele schätze sind gut da fällt natürlich auch ein haufen stein ab und das werde ich hier auch gleich mitnehmen ist natürlich klar eisen muss sein ist ja auch schön wenn da mal eine zeit kommt wo ich dann keinen eisenmangel mehr habe jetzt habe ich ja schon ganz gut eisen oh jetzt habe ich das vergessen euch das zu zeigen na mache ich gleich erstmal will ich mich hier nur also passt auf das geht folgendermaßen viele von euch werden es schon kennen da stellt man nämlich eine fackel runter und dann wird der ganze sand sozusagen gedroppt wenn man das so sagen kann oder wenn man ich weiß ja nicht gedroppt ja ich glaube es heißt gedroppt da wieder und so hat man im prinzip in kurzer zeit schön viele dingsbumse und hier will ich mir jetzt aber erstmal einen ausgang bauen sonst komme ich ja hier aus dieser schneise gar nicht mehr raus die dann mal später unser Steinbruch wird es wird dann immer größer sehr schön wie sieht es mit der helligkeit aus die sonne ist noch ziemlich weit oben und ich werde mir mal hier oder na eigentlich kann ich es ja auch dann unten ich habe ja ein bett dabei und wenn es dunkel wird dann baue ich mir da so wie sieht es aus hier ok gut dann muss im prinzip das kann alles weg bin ich vielleicht doch ein bisschen zu tief gekommen hier aber das ist jetzt auch nicht so wichtig weil ich brauche die Sandsteine die hier sind auch und die Steine sind auch gut und wie wir schon gesehen haben man kann sogar Eisen oder Kohle dann noch finden das war schon ein Fehler gewesen das heißt also ich muss auch noch ein bisschen nach oben gucken ah ok hier zum Beispiel nur die untere Reihe hier und da auch so hier können die noch weg ok und jetzt kommen da die Fackeln ran Finde ich eigentlich ziemlich cool dieses System Schreibt mir mal in die Kommentare wie ihr das findet oder vielleicht habt ihr ja auch eine viel bessere Idee also es geht wohl auch mit Schienen um euch ja mal zuvor zu kommen ich könnte jetzt auch Schienen nehmen es geht wohl noch ein bisschen schneller aber ich mache das jetzt mal hier mit Fackeln und dann ist gut ist schon cool wie das so runter fällt und dann ups und ich jetzt dann nur einsammeln brauche finde ich schon ziemlich abgefahren ist jetzt noch alles ein bisschen schmal aber wenn der Steinbruch dann größer wird dann haben wir ja das Problem nicht mehr aber die sind alle auf der Höhe von den Fackeln gedoppt ich muss die Fackeln ganz unten machen wieder was dazu gelernt Dankeschön die Fackeln müssen immer nach ganz unten alles klar hat er ja auch hat der Opa spielt auch so gemacht also muss ich das auch so machen jetzt kann ich die ganzen Fackeln wieder abhauen weiß ich jetzt nicht bis jetzt bin ich noch nicht so effektiv weil ich das zum ersten Mal mache und wie bei allem was man zum ersten Mal macht braucht man erstmal erstmal ein bisschen Routine dann geht das wenn man ein bisschen Routine hat dann geht das ich habe ja fast den Eindruck dass da hinten die Sonne schon wieder unten unter geht deshalb werde ich gleich mal mein Bett aufbauen dazu werde ich mir mal hier das ist eigentlich egal wie ich das jetzt mache es könnte sein dass mein Backpack gleich zum ersten Mal zum Einsatz kommt schlafen so jetzt ist schon wieder tags das Bett wird wieder eingesammelt so weiter geht's da wollte ich hier jetzt diese Linie machen da müssen ja dann die Fackeln hin so jetzt habe ich natürlich einen Haufen Steine dabei sehr schön und hier unten kommen jetzt die Fackeln rein und dann klappt das auch so so weil die droppen dann irgendwie nur bis dahin wo die Fackeln sind oder so ups ich drehe ja schon richtig meinen Kopf vor dem Computer als wenn ich dann besser runter gucken könnte ok und dann legen wir doch mal los was passiert jetzt hier es wird hier gedroppt wie es böse und dann kann ich das dann da alles einsammeln natürlich bin ich jetzt vielleicht ein bisschen zu tief gegangen weil diese Schicht ist ja gar nicht so dick da kommen ja dann immer nur drei Stück runter das war eigentlich nicht so mein Plan aber andererseits baue ich natürlich auch einen Haufen baue ich natürlich auch einen Haufen Steine hier ab und so ist ja auch nicht zu verachten ähm nicht Stein Cobblestone Übersetzung Übersetzung heißt Pflasterstein da ist mir letztes was aufgefallen mit einer Übersetzung Sache ähm ach ne das hatte ich ja schon in der letzten Folge mit dem Zuckerrohr warum das nicht Bambus heißt gut man kann ja daraus Zucker machen und damit einen Kuchen backen deshalb hat man es wahrscheinlich dann nicht Bambus genannt oh mein Inventar ok dann kommt jetzt mal mein mein Backpack zum Einsatz den habe ich mir ja nicht umsonst den habe ich mir ja nicht umsonst angelegt der ist genau für sowas da und das finde ich auch richtig gut und da fühle ich mich jetzt auch nicht wie der große Cheater sondern das ist einfach gut weil ich will ja auch vorwärts kommen hier was ich so gesehen habe da gibt es ganz andere Leute die da wie selbstverständlich ist ja auch nicht verboten mit Inventory Tweaks alles machen nicht im Hintergrund sondern richtig dass man es auch sieht das möchte ich aber nicht ich will schon dass es so ein bisschen urig ist dass ich hier selber abbaue aber so eine kleine Hilfe ich werde wahrscheinlich auch demnächst dann mal meinen automatischen aber das habe ich jetzt wegen der Kohle da gemacht wäre ich bestimmt auch nochmal ich habe hier noch die Möglichkeit ich habe not enough items oder so wie es heißt habe ich die Möglichkeit weiß ich nicht ob ich das nochmal haben mal genäht dass ich das Zeug nicht immer einsammeln muss sondern dass ich im Prinzip wie ein Magnet diese Würfel da anziehe das werde ich vielleicht irgendwann nochmal einstellen kommt ja auch drauf an wie ich vorwärts kommen will und dann gibt es noch so einen automatischen Wechsler den finde ich sehr gut den werde ich vielleicht auch benutzen wo mir immer automatisch das beste Werkzeug gewechselt wird wenn jetzt die Spitzhacker vorbei weg ist und ich habe im Inventar noch eine dann wird die sofort mit geholt während des Hackens sogar noch ich kann dann einfach weiterhacken genauso wenn ich jetzt gerade baue und mein Holz ist alle oder meine Sandsteine ich habe aber im Inventar noch Sandsteine dann würde er mir sofort neue Sandsteine reinhauen das finde ich schon mal ziemlich interessant ehrlich gesagt Timber Mod weiß ich nicht hat was klar spart total viel Zeit und so weil Holz sammeln ja auch nervig ist irgendwie aber Timber Mod naja da muss man es ja nicht mehr abbauen der Mod der schummelt dann so ein bisschen vielleicht das ist aber Quatsch weil alles alles was nicht vom Originalspiel das ist ja ein bisschen geschummelt wenn man da ernst wäre könnte man das einfach behaupten aber dieser Backpack ist schon mal hat mir jetzt schon mal zum ersten Mal richtig was genützt bei so großen Mengen hier und der Steinbruch ihr seht schon Leute der wird immer größer bloß dass natürlich dann der Verbrauch an Spitzhacken irgendwie viel höher ist als der Verbrauch an Schippen aber da muss man mal sehen mit der Zeit muss man dann mal sehen wie sich das da entwickelt mit dem Steinbruch vielleicht kann da auch später noch irgendwas hingebaut werden muss man mal sehen so und hier dann nach unten erfahrungsgemäß so das mache ich jetzt die ganze Folge aber da sollte ich natürlich wenn ich hier Zuschauer haben will jetzt mal ein bisschen was erzählen was könnte ich denn erzählen ja Leute der Frühling ist da was haltet ihr denn da schreibt mir doch mal in die Kommentare was ihr davon haltet dass der Frühling da ist nein nein müsst ihr nicht aber würde mich natürlich freuen geht es euch denn genauso das würde mich mal interessieren geht es euch genauso wie mir dass ihr im Winter immer nicht so gut drauf seid das ist ganz komisch es gibt viele Leute die ich kenne die sagen mit Sicherheit dass sie durch die Jahreszeit in ihrer Stimmung nicht beeinflusst werden bei mir ist es aber wirklich so dass ich im Winter nicht besonders gut drauf bin ja also der Winter gefällt mir gar nicht und was mir am wenigsten gefällt ist das fehlende Sonnenlicht es ist aber auch wissenschaftlich nachgewiesen dass es Leute gibt bei denen das so ist da wird empfohlen die sollen sich dann eine Tageslichtlampe kaufen zum Beispiel oder mal ab und an ins Solarium gehen wobei man aber dazu sagen muss Solarium ist ja auch sehr gefährlich also die Leute die jetzt immer so knusperbraun sind die mit aller Kraft so oft ins Solarium gehen bis sie dann aussehen wie wie Menschen mit Migrationshintergrund diese Leute sind natürlich auch gefährdet dass sie ich kann es zwar verstehen dass sie auch so schön braun sein wollen aber diese Leute sind ja dann auch gefährdet wegen Hautkrebs ja und mit der Bräune ich wandere hier gerade ein bisschen ab aber das Thema ist ja Sommer und Sonne und allgemein deshalb ja nur ins Solarium gehen oder würde ich jetzt so machen oder eine Tageslichtlampe nicht um braun zu werden sondern um dieses Sonnenlicht ähnliche Zeug zu bekommen was halt nachweislich wichtig ist für den Organismus und was auch positive Stoffe im Prinzip den Körper erzeugen lässt und Vitamin glaube ich und ein bestimmtes Vitamin kann besser gebildet werden wenn der Körper zusätzlich Sonnenlicht zur Verfügung hat und deshalb Sonnenlicht ist immer gut auch gegen Verstimmungen wenn es einem nicht so gut ist kann man sich auch mal einfach in einem Park setzen in die Sonne setzen sein Gesicht mal ein bisschen in die Sonne halten aber zu viel Sonnenlicht kann auf lange Sicht auch zu Hautkrebs fühlen ich habe gerade seine Geschichte gehört habe ich jetzt kein Holz mitgenommen wie sieht es in meinem Backpack aus war da Holz drin ja muss ich mir doch neue Spitzhacke machen habe gerade eine Geschichte gehört von einer Frau die ist so um die 40 und die hat halt diese Modewelle mit diesem Solarium was ja auch schon wieder 10-15 Jahre her ist voll mitgemacht und war immer ganz dunkelbraun auch im Winter fast schon Solarium süchtig und die war immer ganz dunkelbraun und die hat jetzt aber durch das viele Solarium durch die Sonne im Prinzip erstmal eine ganz faltige ausgetrocknete Haut obwohl die sich immer gepflegt hat und die hat auch immer die war immer ganz schick gewesen aber trotzdem hat diese jahrelange starke Sonneneinstrahlung ihre Haut halt gegerbt man kennt das ja auch von von Bildern so von alten Bauern oder alten Bauersfrauen vom Lande die haben so ganz gegerbt so ganz faltige runzlige trockene ledrige Haut und das ist von der vielen Sonneneinstrahlung und das ist jetzt mit der auch passiert die wollte halt immer besonders schön und braun gebrannt sein und jetzt sieht die achso ich wollte mir hier noch eine Werkbank bauen die baue ich mir einfach mal so in die Mitte ja und dann haben die Ärzte jetzt festgestellt dass diese Dame Hautkrebs hat wie es aussieht wie es aussieht ein also ich muss jetzt daran nicht sterben das ist wohl alles noch behandelbar aber ist nicht schön die Frau ist jetzt traurig und eigentlich bereut sie das sogar dass sie so extrem viel ins Solarium gegangen ist ja so viel zum Thema Solarium wollte ich noch was erzählen was wollte ich noch erzählen und was gab es noch was spannendes was ich erzählen wollte ich komme jetzt mal hier erstmal wieder beim Spiel an ich hätte doch ich muss doch ein paar Steine noch behalten 1 2 3 4 5 6 nehme ich mal so 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 naja eine Holzhacke will ich nicht ich will keine Holzhacke was ist denn das habe ich mich hier ver... ach ist egal ich habe jetzt keinen Bock so lange rum zu fummeln Steinhacke ich will hier mal weitermachen mein Bett noch einräumen gut dann gucke ich nochmal packe hier den ganzen Schronz nochmal in den was ich hier nicht brauche ein bisschen Platz habe achso ok und dann wollte ich ja hier noch ein bisschen weitermachen oh ich sehe schon ich bin schon wieder bei 20 Minuten dann mache ich an der Stelle jetzt erstmal Schluss wir lassen es nochmal kurz ploppen so sehr schön dieses Geräusch ist einfach zu schön und die Fackeln abgebaut so und das möchte ich eigentlich auch äh mit Pflasterstein füllen Hunger habe ich auch schon wieder der Steinbruch schön ordentlich ist und wir sehen uns in der nächsten Folge Auf die Höhe.